Da liegen noch Mad-Kids rum. Aber hier wurde gelootet. Ich bin verwirrt. Manche Tunes sind auf, manche sind zu. Ich will das Mad-Kid haben. Was ist das schon weg? Schon aufgehoben? Ja hab ich gerade genommen. Sorry. Ich hole das Mad-Kid haben. Ich bin vorbeigerannt. Ich trottel. Aber hier habe ich jetzt das da wieder. Vielleicht wenn du ein Visier brauchst. Ja, brauche ich. Warum ist hier so wenig gelootet? What the fuck? Ja, ich trottel. Oh, da wird gefeitet. Süden, Südwesten. Ich denke ich habe da was gehört. Könnte da sein. Ja. In der Richtung. Würde ich sagen. Aber... Wollen wir die jetzt pushen oder einfach nur abwarten? Da ist auch eine Sipplein gespannt, ne? Stimmt. Für die darüber, ja. Winzen müssen wir schon wieder ansonsten vor. Ehrlich? Im Vergleich zu uns. Bist halt im... Also ein Haus weiter. Und wenn du dann wieder genockt wirst, kann man da nichts tun. Das ist ein bisschen das Problem. Weil dann bist du halt dort genockt und in Deckung und... Außerhalb unserer Sichtweite. Können wir irgendwie auch oben auf das Haus drauf? Das Dach irgendwie... Ja, logisch mit meiner Ulti. Ich weiß nicht, ob du Dach wirklich hoch willst. Das ist so ein bisschen der Punkt. Warum? Keine Ahnung. Bisschen Ausschau halt. Huch! Da. Nice. Extended Lightning Mag war hier. Ein gutes. Das oben ist das zweite Dropship. Wackelt. Ich gönn mir die Craver. Äh... Gegner? Einer rennt da unten rein. Einer rennt da unten bei euch ins Gebäude rein. Mhm. Find ich gar nicht witzig. Ist halt vorne, oder? Weil das lange laufen ist, ist irgendein Gebäude drin. Er hat der Ring gescannt. Ich muss mal... Schilder aufladen. Wenn wir jetzt hier grad Zeit haben. Komm hoch zu euch. Wait, wie seid ihr nach ganz oben gekommen, hä? Mit meiner Zipline, die da steht. Wo der Gegner ist, dummerweise. Er hat... Er hat die Ulti an der Platon. Ja. Äh... Der wird revived. In der Zeit. Schon gedauert einmal, oder? Hm? Schon gedauert, oder? Nö. Hab ich nicht. Hey, wie soll ich zu euch hochkommen? Ich kann dir gleich wieder eine Ulti stellen. Wo bist du? Wo bist du unten? Unter euch. Hinkbei hier. Oh nö. Jetzt hab ich sogar einfacher. Oh nö. Äh... Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Nein, nicht das. Habt ihr ein bisschen umlaufen und fast gekeilt? Ja, ich hab's hier auch irgendwie ein paar Nets gegeben. Die sind immer da drin. Ja, die sind grad nach links gelaufen. Bin unter dir Vincent. Bin genau unter dir jetzt. Bin grad dabei. Irgendwie im Blick Vincent, oder? Bin ich rausgelaufen oder irgendwo? Die laufen unter mir. Könnt ihr sie nicht sehen. Hm. Die Frage ist. Wollen wir die pushen, oder wollen wir die einfach... Wir müssen zu denen. Ah. Deswegen warten die ab. Ja, wir müssen an denen vorbei. Ben, hast du Ulti? Ben, hast du Ulti? Ja. Hab ich. Komm her. Mach uns einfach ne fucking Line hier weg. Ja, aber vielleicht nicht dort, wo die Gegner gerade sind, oder? Ja. Äh. Die ist es Shit zu oft zu stellen. Da. Was ist denn ein Drop? Den hier dort? Wo du den ballerst? Die sind hier unten bei mir. Die sind hier unten bei mir. Bro. Wuuuuh. Jungs ihr wisst, dass ich hier nicht so easy wegkomme, ne? Ähm. Ja, eventuell sind wir aber gerade übelst ins Gesicht gekriegt. Oh, Granaten. Ich wusste nicht, dass du die da hoch haben willst. Ich dachte, du wirst einfach nur ne Zipline generell haben. Um wegzukommen. Fuck. Nope. Nope. Ah. Die sind übrigens über uns jetzt. Ne, sind sie nicht. Oh, ich bin noch da. Die sind immer noch hier oben, ne? Ja. Lass sie kommen, lass sie raus. Lass sie umlaufen, Marvin. Lass komplett umlaufen. Wenn du kannst. Ich hab eine Schilddeck. 135 damage. Der ist der. Der peak. Und dann dran. Ah. Die pushen weiter. Oder drei pushen. Die finish. Hier werden wir von hinten auch noch angegriffen. Ja, von mir. Nein. Von da. Aus der Richtung. Ja, ich hab Kills gekriegt. Es ist kein Revive drin. Also. Okay. Dann lasse ich das. Ja, wenn es kein Revive gibt, dann ist ja egal. Hier übrigens keine Schilde mehr. Achtung, hier sind fallen übrigens. Also ich hab noch ein paar Schildeküpte, wenn ihr das haben wollt. Ja, wir haben uns wahrscheinlich holen müssen. Lass mich doch. Schildbatterien, Mad-Kids, Shieldzellen. Das brauch ich. Äh. Nein, das will ich nicht. Uh. Oh oh. Weiß kurz. Ich weiß kurz, ob ihr noch was geh ich noch. Ich kann jetzt, äh. Syringes geben, ne. Ich weiß nicht, ich fahre nicht, ich fahre nicht. Trotzdem jetzt ein Mad-Kid. Ich hab jetzt auch Syringes, alles gut. Dann muss noch kleine Schildzellen. Also ich hab die grad von hinten komplett zerfetzt, ey. Mhm. Ich hab mich nur auf mich konzentriert. Ich weiß, dass man die, die kaputt machen kann mit dem Gas. Ja. Also die Gas fallen. Das macht leider komplett user. Pass auf, da vorne ist wieder ne Gasfalle. Ja. Lass die zerstören. Warte, warte. Nein, 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 nein. Doch, ich will die zerstören, damit wir nicht reinlaufen aus Versehen. Äh, lauf einfach nicht rein. Ich will nicht, dass sie wissen, dass wir hier sind. Wissen sie schon, die andere auch schon zerstört. Ich kann übrigens, äh, ziplinen. Ich sehe sie unten. Ich sehe sie unten. Die haben sich grad irgendwie bekämpft. Ja, warte, warte. Wenn einer still ist, geht wohl nicht. Ab, der einen Squad ist tot. Oh, oh, ich bin zu weit. Oh Gott, ich hab zwei Leute fast down. Die finischen mich. Oh, man, die zwei Leute halt fast down. Ah, die Gene sterben beide nicht. Die haben sie geheilt. Ich hätte keine Granaten mehr, da hätte ich Granaten reingeschmissen. Ich wollte auch nicht so weit. Ich wollte auf dem scheiß Dach landen und ich fliege drüber. Ich finde das so schrecklich, dass man dort nicht einfach landen kann. Warum gehst du da rein? Weil du neben mir standst und ich eine Zip-Line mache und du einfach mitkommen kannst. Wir haben die komplett überrascht. Ja, und ich hab einen gehedgehottet und wollte den zweiten Schuss draufsetzen, um den zu töten. Also ich finde das war jetzt nicht ein falscher Call, dass sie da rein gehen und die einfach überraschen. Die haben noch nicht realisiert. Du hast es nicht gecallt. Du hast es einfach gemacht. Das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Und wenn der jetzt nicht runtergerutscht wäre, das wäre natürlich das beste gewesen. Jetzt von der Oma einfach... Wobei ich dazu sage, mein Charakter sagt halt, it's zipline time. Und ich wäre gerade so, ah, perfektes Schussfeld. Wir können einfach den einen vorher rausnehmen, bevor irgendwas anderes passiert. Und tot. Ja. 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 Ja.